Seit 2014 sind rund 23'000 Flüchtete auf der Mittelmeerroute gestorben. Das ist natürlich viel zu viel. Ich bin hier auf der Humanity I in Sicilien, in Syragusa und habe mir das ein wenig angeschaut. Das ist das Seenotrettungsschiff, das versucht, die Leute aus dem Wasser herauszufischen. Es ist ein sehr gefährlicher Job, es ist ein sehr dreckiger Job, man wird nass, die Crew ist hoch professionell, hoch motiviert, aber natürlich auch extrem gefordert. Europa hält sich hier ganz elegant raus, überlässt Italien die ganze Arbeit, aber nicht ganz Europa, auch die Schweiz natürlich. Ganz im Speziellen will von diesen ganzen Sachen nichts wissen. Solidar Suisse findet, die Schweiz hat sich lange genug rausgehalten bei diesem Thema und braucht dazu euch. Was ich machen kann, ist einfach Geld spenden. Spendet Geld, Solidar Suisse sammelt. Hier für das Schiff, hier für die Crew, für eine gute Sache und für ein menschliches Mittelmeer in diesem Sinne. Es ist wichtig. Danke vielmals.